Am Karfreitag 2010 standen deutsche Soldaten in einem kleinen Dorf in der Provinz Kunduz im Gefecht. Bei der Ortschaft Isakel im Distrikt Shah Dara waren sie in einen Hinterhalt geraten. Vorbereitet und durchgeführt von afghanischen Aufständischen. Neun Stunden kämpften die deutschen Soldaten. An diesem Tag starben drei ihrer Kameraden. Acht wurden verwundet. Es sollte das verlustreichste Gefecht des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr werden. Die Geschehnisse dieses Tages gingen als Karfreitagsgefecht in die deutsche Geschichte ein. Ende Februar 2010 trafen deutsche Soldaten im Feldlager Kunduz ein. Sie waren Teil des 22. Einsatzkontingents der Bundeswehr in Afghanistan. Unter ihnen waren Soldaten des 261., 313. und des 373. Fallschirmjägerbataillons und Soldaten des 122. Panzergrenadierbataillons. Sie sollten im Rahmen der ISAF-Mission ihren Dienst in der nördlichen Provinz Kunduz antreten. Sie bildeten insgesamt drei Kompanien, die dem Kommandeur des regionalen Wiederaufbauteams, Oberst Reinhard Zudrop, als Manöverelement zur Verfügung standen. Die im Feldlager Kunduz aufgestellten Truppenverbände gliederten sich in die 1. Infanteriekompanie, gestellt durch Fallschirmjäger der 3. Kompanie Panzergrenadierbataillons aus Oberwietach. Sie bestand aus der Kompanieführungsgruppe angeführt von einem Hauptmann und unterteilte sich in drei Züge. Der Foxtrot-Zug. Er bestand aus ungefähr 30 Soldaten, aufgeteilt in einen Rettungssanitäter-Trupp, einen Granatmaschinen- Waffentrupp und einen Scharfschützentrupp. Zudem zwei Infanteriegruppen mit je acht Soldaten. Ausgestattet war der Zug hauptsächlich mit Fahrzeugen vom Typ Dingo und Transportpanzern Fuchs. Der Golfzug. Er galt als Speerspitze der Kompanie. Gestellt von Fallschirmjägern der 3. Kompanie des 373. Fallschirmjägerbataillons. Angeführt wurde der Zug von Hauptfeldwebel Mario Kunert. Sein Stellvertreter war Hauptfeldwebel Nils Bruns. Die Stärke belief sich auf 33 Soldaten. Sie gliederten sich in einen Zugtrupp und fünf Infanteriegruppen. Ausgestattet war der Zug vor allem mit Fahrzeugen des Typs Dingo und zwei Transportpanzern Fuchs. In den Ereignissen des Karfreitagsgefechts nahm dieser Zug eine zentrale Rolle ein. Der Hotelzug. Im Kern rekrutierte er sich aus Panzergrenadieren der 4. Kompanie des 122. Panzergrenadierbataillons. Er bestand aus 29 Soldaten, die sich in vier Gruppen gliederten. Zusätzlich zu einem dreiköpfigen Sanitätsrettungstrupp. Ausgestattet waren die Gruppen mit drei Dingo und zwei Transportpanzern des Typs Fuchs. Zudem konnte auf Schützenpanzer des Typs Marder zurückgegriffen werden. Die zweite Infanteriekompanie wurde im Kern von Fallschirmjägern des 261. Fallschirmjägerbataillons aus dem Saarland und dem 122. Panzergrenadierbataillons gestellt. Die Kompanie gliederte sich ebenfalls in drei Züge. Der erste Zug. Er wurde von Panzergrenadieren gebildet und hatte vier Schützenpanzer Marder zur Verfügung. Der zweite und dritte Zug. Sie waren als Infanteriezüge konzipiert und bestanden aus Panzergrenadieren und Fallschirmjägern. Sie gliederten sich in je fünf Gruppen zu je fünf Soldaten. Ausgestattet waren sie mit Fahrzeugen des Typs Dingo und Transportpanzern Fuchs. Die 150 bis 200 Soldaten der beiden Kompanien wurden hauptsächlich im Raum Schadara eingesetzt. Die Schutzkompanie. Sie rekrutierte sich hauptsächlich aus der vierten Kompanie des 313. Fallschirmjägerbataillons aus Seedorf. Sie gliederte sich in vier Züge. Alpha, Bravo und Delta mit jeweils knapp 30 Soldaten. Nur der Charlie-Zug bestand aus 36 Soldaten, die von dem Oberfeldwebel Philipp Porzig angeführt wurden. Ihm unterstellt war auch ein Scharfschützentrupp. Ausgestattet war die Kompanie mit Fahrzeugen des Typs Dingo und einigen Transportpanzern Fuchs. Der Alpha-Zug verfügte zudem noch über einen Marder-Schützenpanzer. Die Schutzkompanie wurde primär im Nahbereich des Feldlagers eingesetzt. Auch der Schutz und die Begleitung der zivilen Aufbauhelfer gehörte zu ihrer Aufgabe. Die Lage in der Provinz Kunduz war im Frühjahr 2010 angespannt. Im vorangegangenen Jahr hatten die Aufständischen weitestgehend die Initiative übernommen. Die Bewegungsräume der Sicherheitskräfte waren nur noch auf das Feldlager und die großen Hauptverkehrsstraßen beschränkt. Immer wieder kam es zu Anschlägen und Hinterhalten mit Feuergefechten. Auch die afghanischen Sicherheitskräfte in der Region waren personell und ausstattungstechnisch nicht in der Lage gewesen, das Gebiet adäquat zu kontrollieren und zu sichern. Vor allem im Raum nordwestlich von Kunduz und südlich im Distrikt Schadara war es den Aufständischen gelungen, sich festzusetzen. Die Anzahl der Feindkräfte in diesem Gebiet konnte nur geschätzt werden. Von deutscher Seite ging man von mehreren hundert Kämpfern aus. Sie rekrutierten sich aus unterschiedlichsten Gruppierungen, die auch über die Grenze nach Tatschikistan hinweg operierten. Dazu gehörten Kräfte der lokalen Taliban, aber auch Taliban-Gruppen aus anderen Gebieten Afghanistans, für die die Nordprovinz ein wichtiger Transitraum war. Kämpfer von aufständischen Milizen aus dem südlichen Raum Baglands und anderen Teilen des Landes. Auch international agierende Terrornetzwerke, wie die Islamische Bewegung Usbekistans, waren in der Region Kunduz aktiv. Sie verfügte über tausende Kämpfer, die hauptsächlich in Pakistan und Afghanistan kämpften, aber auch in Usbekistan aktiv waren. Ihr hatten sich auch Kämpfer aus Tschetschenien angeschlossen, die nach Ende des Zweiten Tschetschenien-Kriegs nach Afghanistan geflohen waren, um der russischen Strafverfolgung zu entgehen. Die internationalen Verbindungen reichten aber auch bis nach Deutschland. Vor allem aus dem Bonner Raum schlossen sich deutschsprachige Islamisten dem Netzwerk an und traten in Videos auf, kämpften aber auch im globalen Dschihad. Die IBU veröffentlichte später ein Propaganda-Video, das Ausschnitte aus dem Karfreitagsgefecht beinhaltete, sowie Aufnahmen aus den Monaten davor, die zeigten, wie vor allem die deutschen Soldaten ausgespäht worden waren. Religiöse Motive waren aber nur einer der Beweggründe, gegen die internationalen Truppen zu kämpfen. Ethnische Konflikte in der von Tatschiken, Usbeken und Turkmenen dominierten Region waren ein weiterer Grund, vor allem für Pashtunen, die Aufständischen zu unterstützen. Aber auch monetäre und machtpolitische Interessen spielten eine Rolle. Die Zahlung der von den Taliban ausgelobten Kopfgelder auf internationale Truppen war für viele der Aufständischen die einzige Einkommensquelle. Zum Beispiel waren auf einen Arztrupp 35.000 Dollar ausgesetzt, was diese zu einem prädestinierten Ziel bei Anschlägen machte. Auch auf höherrangige Soldaten waren Kopfgelder von 1.000 bis 10.000 Dollar ausgesetzt. Die unterschiedlichen Gruppen kooperierten, rivalisierten und bekämpften sich aber auch gegenseitig, je nach aktueller Lage und Bündnispolitik. Sie kontrollierten Dörfer und einzelne Gebiete. Ihre Rückzugsräume sicherten sie mit Sprengfallen und verteidigten sie gegen Eindringlinge. Im Frühjahr 2010 lag im Zuge dieser Entwicklung der Schwerpunkt der deutschen Operationsführung darauf, die Initiative zurückzugewinnen und die Sicherheit wiederherzustellen. Teil ihrer Aufgabe in den nächsten Monaten war der Schutz der Provinzhauptstadt gegen Aufständische, die Bewegungsfreiheit der Hauptverkehrsstraßen sicherzustellen und die Zusammenarbeit mit den afghanischen Sicherheitskräften. Voraussetzung dafür waren sichere Verbindungsstraßen im Raum Kunduz. Die wichtigsten Straßen waren die LOC Pluto entlang des Ostufers des Flusses Kunduz, einer wichtigen Verbindungsstraße in den Raum Baglan, und die LOC Kamins, die Verbindungsstraße nach Mazar-e-Scharif und dem dortigen PRT mit der dort stationierten QRF. Vor allem der Distrikt Schadara lag im Augenmerk der Sicherheitskräfte. Ein Raum, der sich auf über 1200 Quadratkilometer westlich der Stadt Kunduz erstreckte und als ein Hauptoperationsgebiet der Aufständischen in der Provinz galt. Deutsche Kräfte hatten sich Anfang des Jahres vom PHQ des Bezirks und der Höhe 431 weiter nach Süden, entlang der Straße Little Pluto vorgearbeitet und die strategisch gelegene Höhe 432 eingenommen und dauerhaft besetzt. Im Rotationsverfahren wurden dort deutsche Soldaten stationiert und zum Schutz wurde sie zudem schwer befestigt. Denn in ihrer unmittelbaren Nähe befand sich das Dorf Isakel. Und obwohl diese Ortschaft nur rund 5 Kilometer Luftlinie vom Feldlager Kunduz entfernt lag, konnten sich die Aufständischen in diesem Gebiet frei bewegen. Der Raum zwischen Höhe 432 und Isakel markierte die Frontlinie zwischen den Isav-Truppen und den Aufständischen. Alles südlich der Höhe war Feindgebiet, von den Soldaten auch Killzone genannt. Dort musste damit gerechnet werden, dass die Straßen mit Aidis versehen worden waren und jederzeit ein Angriff stattfinden konnte. Von der ungefähr 40 Meter hohen Anhöhe hatten die deutschen Soldaten einen guten Überblick über das Gebiet und konnten die Frontlinie überwachen. Mitte März gerieten dort die zuvor frisch eingetroffenen Fallschirmjäger und Panzergrenadiere der 1. Infanteriekompanie auf der Straße Little Pluto in ihr erstes Gefecht. Am Morgen des 31. März verließ die 1. Infanteriekompanie mit ihren drei Zügen sowie weiteren Unterstützungskräften das Feldlager Kunduz mit gepanzerten Fahrzeugen und fuhr in das 9 Kilometer entfernte PHQ in Schadara. Dort löste sie die 2. Infanteriekompanie im Feld ab. Das Polizeihauptquartier war ein mit einer hohen Mauer und Türmen umgebener Hof mit Gebäuden aus der Sowjetzeit, die eher Bauruinen ähnelten. Im PHQ waren die Soldaten zusammen mit afghanischen Polizisten untergebracht. Eingerichtete Verteidigungsstellungen mit Maschinengewehren und Granatwerfern sicherten den exponierten Vorposten. Soldaten des Zug Fox Trott bezogen südlich Stellung auf den Höhen 431 und 432. Am Abend des 1. April besprach der Kompaniechef mit seinen Zugführern das weitere Vorgehen. Nachdem die Bewegungsfreiheit der Sicherheitskräfte zuvor durch Angriffe und IEDs eingeschränkt worden war, sollte die Kompanie südlich der Höhe 432 versuchen, den Raum wieder zugänglich zu machen und damit auch den Kontakt zur Bevölkerung ermöglichen. Ziel für den nächsten Tag sollte das Dorf Isakel sein. Es war davon auszugehen, dass die Aufständischen die Straße Little Pluto und die Zugänge der Dörfer mit zahlreichen Sprengfallen gesichert hatten. Daher war die Operation als sogenannte IED-Sweep geplant, bei der die Straße bis zur Kreuzung nach Isakel untersucht werden sollte, um danach die Zufahrtsstraße zum Dorf von möglichen Sprengfallen zu befreien. Der Golfzug sollte die Suche unterstützen und die Sicherung in der unmittelbaren Umgebung übernehmen. Die Suchkräfte wurden von belgischen und deutschen EOD-Einheiten gestellt. Der Foxtrot-Zug sollte den Operationsraum von den Höhen 431 und 432 absichern. Der Hotelzug sollte mit zwei Madern nach Süden sichern. Der Rest des Zugs sollte die Sicherung des PHQ übernehmen. In der Nacht zum Karfreitag war es zunächst ruhig geblieben. Doch die Soldaten des Foxtrot-Zugs hatten mithilfe einer Drohne verdächtige Bewegungen auf der Straße Little Pluto zwischen beider Höhen beobachtet. Eine unbekannte Person hatte sich dort an der Fahrbahn zu schaffen gemacht, Flo aber als sie bemerkte, dass sie entdeckt worden war. Es wurde die Verbringung einer Aidi vermutet. Am Morgen des Karfreitags verließen zuerst der Golfzug mit EOD-Kräften das PHQ. Zunächst untersuchten sie den Ort, an dem in der Nacht die verdächtige Person beobachtet worden war. Allerdings konnte an dieser Position nichts gefunden werden. Der Golfzug fuhr weiter zur Höhe 432, gefolgt von Soldaten des Hotelzugs in Begleitung der beiden Schützenpanzer. Auf der Höhe beobachteten seit zwei Tagen die Soldaten des Foxtrot-Zugs die Umgebung und konnten von der erhöhten Stellung das Vorgehen ihrer Kameraden mit ihren Waffen und Scharfschützen absichern. Am Fuß des Hügels saßen die Soldaten ab und bereiteten sich für die Suche nach Sprengfallen vor. Ebenfalls bezog eine Gruppe des Hotelzugs zusammen mit dem beweglichen Arztrupp unterhalb des Hügels Stellung. Die beiden Schützenpanzer standen zunächst hinter den Suchkräften auf der Straße, um im Falle eines Angriffs eingreifen zu können. Mit Detektoren und Haken begannen die Soldaten die Operation. Einige liefen auf der Fahrbahn, andere bis zu 150 Meter entfernt auf den Feldern. Sobald ein Abschnitt für frei erklärt wurde, zogen die Fahrzeuge nach. Rechts und links sicherten die Soldaten des Golfzugs, etwas nach vorne versetzt, die Suchaktion. Über einen Umgehungsweg sollten 15 Soldaten des Golfzugs unter Führung des stellvertretenden Zugführers Hauptfeldwebel Nils Bruns in den nahegelegenen Vorort Isakels vorstoßen. Der Weg war zuvor ausgekundschaftet worden und frei von Sprengfallen. Von dort aus sollten sie die linke Flanke schützen. Mit vier Dingos und zwei Fuchstransportpanzern erreichte die Gruppe gegen 9.15 Uhr den Vorort. Zusätzlich zur Sicherung der linken Flanke sollten die Soldaten Kontakt zur Bevölkerung aufnehmen. Deren Verhalten war meist ein Indiz dafür, ob ein Angriff bevorstand. Doch die Lage schien ruhig. Einige Bauern waren auf ihren Feldern und einige hundert Meter entfernt hatten sich Dorfbewohner zu einem Fest zusammengefunden. Kinder spielten und lachten, die Menschen winkten freundlich. Auf der Höhe 432 hatten sich der Kompaniechef und der Fliegerleitoffizier eingefunden. Der Fliegerleitoffizier hatte die Aufgabe, eventuelle Luftunterstützung zu koordinieren. Gegen 12 Uhr hatten die Kampfmittelbeseitiger die Kreuzung erreicht. Es war kein einziger Sprengsatz gefunden worden. Nach einer kurzen Pause, bei der der Kompaniechef und die Zugführer Rücksprache gehalten hatten, bereitete sich der Suchtrupp darauf vor, die Hauptzufahrt nach Isarkehl abzusuchen. Die beiden Schützenpanzer bezogen ihre Stellung. Zusätzlich bezogen Scharfschützen südlich Position auf dem Dach eines nahegelegenen Hauses, um das Gebiet von erhöhter Stellung zu überwachen. Obwohl es zuvor ruhig gewesen war, kam plötzlich Bewegung in das Dorf. Die Dorfbewohner verließen zügig das Fest. Auch die Bauern auf den Feldern verschwanden Richtung ihrer Höfe. Auf Befehl des Zugführers des Golfzugs Hauptfeldwebel Kunert ließ der Stoßtrupp im Vorort von Isarkehl gegen 12.30 Uhr eine Drohne aufsteigen. Der Quattrokopter hatte eine Akkulaufzeit von nur 20 Minuten, konnte aber Echtzeitbilder zurück zu den Soldaten übertragen. Der Drohnenoperator des Zugs, Oberfeldwebel Nahef Adebar, hatte sie erst einen Tag zuvor in Empfang genommen. Die Drohne sollte in Richtung Isarkehl aufklären und prüfen, ob es verdächtige Vorgänge im Dorf gab. Bei der Erkundungsmission wurde die 60.000 Euro teure Drohne aber durch den Wind abgetrieben und stürzte in ein Feld. Hauptfeldwebel Kunert gab daraufhin den Befehl, die Drohne zu bergen. Der stellvertretende Zugführer Nils Bruns stellt eine Gruppe von neun Soldaten zusammen, die nach der Drohne suchen sollte. Die Soldaten arbeiteten sich zum anderen Ende des Dorfes vor. Irgendwo dort musste die Drohne abgestürzt sein. Zusätzlich wurde über Funk angefragt, ob die über dem Gebiet kreisende Luna Drohne die Suche unterstützen könne. Doch noch bevor die Drohne gefunden werden konnte, wurden die Soldaten zurückgerufen, nur vier von ihnen sollten noch einmal zurückgehen, um weiterzusuchen. Der Spähtrupp bestand aus Oberfeldwebel Nahef Adebar, Oberstabsgefreiten Mike Mutschke, Hauptgefreiten Martin Augustiniak und Stabsgefreiten Paul Meding. Zur Deckung des Trupps war ein Dingo am Rande der Ortschaft positioniert worden. Der Trupp fächerte sich breit auf, Mutschke ganz links, der Gruppenführer Adebar ganz rechts. Nach kurzer Zeit waren sie bereits mehr als 500 Meter von dem Rest der Gruppe entfernt. Was die vier Soldaten in diesem Moment nur mit unguten Gefühl ahnen konnten, als sie die offene Fläche der Felder durchstreiften, sollte sich kurz darauf bestätigen. Sie wurden beobachtet. Aufständische lagen bereits südlich, östlich und nördlich in Stellung. Am Morgen des Karfreitags hatte sich eine Gruppe von ungefähr 40 bis 80 aufständischen Kämpfern in Isakel zusammengefunden. Die Aufklärungsdrohne des Typs Luna, die über dem Gebiet kreiste, beobachtete bereits am frühen Vormittag, wie immer mehr Personen über den Kundusfluss nach Isakel strömten. Die Aufständischen wollten einen Hinterhalt für die deutschen Soldaten errichten, die gerade dabei waren, auf der Straße mit der Suche nach Sprengmitteln zu beginnen. Einer der Aufständischen und lokale Anführer war Kommandant Habib. Er hatte seine 13 Kämpfer bei Isakel zusammengezogen und wartete zunächst zusammen mit den anderen Aufständischen auf eine Gelegenheit, die deutschen Soldaten anzugreifen. Dann hatten sie die vier deutschen Fallschirmjäger auf dem offenen Feld entdeckt. Habib wunderte sich noch, wie die Deutschen so unvorsichtig sein konnten. Dann gingen seine Kämpfer in Stellung. Gegen 13 Uhr registrierten die Soldaten auf dem Feld ungewöhnliche Bewegungen in den nahegelegenen Gehöften, als sie plötzlich unter Feuer genommen wurden. Die vier Fallschirmjäger reagierten schnell und warfen sich zu Boden. Der Feind war nur 80 Meter entfernt, hinter den Mauern der Gehöfte und in den Bewässerungsgräben der Felder. Von drei Seiten wurden die Soldaten beschossen. Hinter ihnen befand sich das offene Feld. Die vier Fallschirmjäger mussten irgendwie versuchen, aus dem Schussfeld zu gelangen. Eine Baumgruppe nur 20 Meter entfernt gab zunächst bessere Deckung als die offene Fläche der Felder. Von dort versuchten sie sich zu einem der nahegelegenen Gehöfte durchzukämpfen. Adebar gab den Befehl zum Ausweichen unter Deckungsfeuer. Nacheinander liefen die Soldaten los. Der Rest von ihnen gab Feuerschutz. Zuerst rannte Augustiniak. Ihm folgte Meding. Dann war Oberfeldwebel Nahef Adebar an der Reihe. Er sprang auf und lief los. Eine abgefeuerte Salve traf ihn in das rechte Bein. Er erleidet einen Streifschuss an der Ferse, einen Durchschuss unter dem Knie und einen Durchschuss im Oberschenkel. Er stürzte zu Boden und war bewegungsunfähig. Ein schneller Rückzug war jetzt unmöglich geworden. Über Funk gab er noch seine Verwundung durch. Stabsgefreiter Paul Meding robbte durch das Feld zurück zu Adebar. Er versorgte ihn, gab ihm eine Morphininjektion zur Beruhigung. Während Augustiniak und Mutsch Gedeckungsfeuer gaben. Dabei wurde Hauptgefreiter Augustiniak am Kopf getroffen. Die Kugel durchschlug seinen Gefechtshelm, verlor dabei aber die kinetische Energie und verletzte die Kopfhaut. Er nahm seinen Gefechtshelm ab und soll noch gesagt haben, heute ist mein Glückstag. Danach kämpfte er weiter. Auch auf die anderen Truppenteile war kurz darauf, dass Feuer eröffnet wurden. Aus dem 500 Meter entfernten Quadliam südlich der Kreuzung wurden der Aidi-Suchtrupp und die Höhe 432 unter Beschuss genommen. Im Vorort gerieten die restlichen Soldaten des Golfzugs aus Richtung Isakel unter Beschuss. Die Angreifer nutzten die Gebäude und Mauern als Deckung, bewegten sich aber auch verdeckt durch die Bewässerungsgräben mit teils dichter Vegetation, die überall die Felder durchkreuzten. Sie tauchten auf, schossen und verschwanden sofort wieder, um ihre Stellung zu wechseln. Sie kämpften mit Kalaschnikows, mit Maschinengewehren des Typs PKM und RPG-7-Panzerbüchsen. Auch ein Mörser soll eingesetzt worden sein. Für die deutschen Soldaten war schwer auszumachen, von wo sie beschossen wurden. Die Aidi-Suche wurde sofort abgebrochen und der Feuerkampf aufgenommen. Die beiden Schützenpanzer eröffneten mit ihren 20 Millimeter Kanonen das Feuer, auch die Scharfschützen nahmen gezielt die Gegner unter Beschuss. Die Soldaten des Hotelzugs kämpften abgesessen in Richtung Süden. Von der Höhe 432 führten die Soldaten des Foxtrotzugs mit Scharfschützen und ihren Granatwerfer den Feuerkampf. Auch bei den Aufständischen gab es in der Zwischenzeit erste Verwundete. Kommandant Habib war an seinem Bein getroffen worden. Die Hauptschlagader war aber nicht verletzt. Daher kämpfte er einfach weiter. Seine Kämpfer versuchten näher an die eingeschlossenen Fallschirmjäger heranzukommen, die in exponierter Stellung auf dem Feld lagen. Oberstabsgefreiter Mike Mutschke erkannte den Ernst der Lage. Sie hatten die Funkverbindung verloren und Adebar war durch seine Verletzung nicht mehr in der Lage, das Kommando auszuführen. Es waren bereits 15 Minuten seit den ersten Schüssen vergangen und der Gegner näherte sich immer weiter. Bis auf 20 Meter waren die feindlichen Kämpfer bereits herangekommen. So nah, dass die Soldaten Granaten einsetzten, um sie auf Distanz zu halten. Mutschke entschied sich Kontakt mit dem Rest des Zugs aufzunehmen. Die Soldaten warfen Nebelgranaten zur Deckung in alle Himmelsrichtungen. Dann lief er unter Feindfeuer los, direkt auf eine Feindstellung zu. Er schoss aus der Hüfte, bis er die Außenmauer des Gehöfts erreicht hatte. Von dort warf er eine Granate in die feindliche Feuerstellung und lief weiter, um Unterstützung zu holen. Augustiniak und Meding blieben zurück, versorgten Adebar und gaben Feuerschutz. Als Mutschke seine Kameraden im Vorort erreichte, standen die bereits in Richtung Isakel im Gefecht. Auch der Rest des Golfzugs war in der Zwischenzeit in den Vorort vorgestoßen. Mutschke unterrichtete seinen Zugführer über die Lage des Suchtrupps. Kunert stellte daraufhin einen Rettungstrupp aus fünf Soldaten zusammen, die zu den eingeschlossenen Soldaten vordringen sollten. Mutschke schloss sich der Gruppe an. Als Scharfschütze des Zugs unterstützte er mit seinem G3 den Rettungstrupp und gab Deckungsfeuer für seine eingeschlossenen Kameraden. Mit ihren Fahrzeugen kämpften sich die Soldaten weiter vor. Immer wieder ertönte das Zischen von Panzerabwehrgranaten, abgefeuert von den Aufständischen. Die automatischen Waffenanlagen der Dingoes konnten mit Feuerstößen die Angreifer zielgerichtet bekämpfen. Doch die blieben nur kurz sichtbar, bevor sie wieder verschwanden, um die Stellung zu wechseln. Im Tactical Operation Center des Feldlagers hatte man den Funkspruch über die Verwundung Adebars mitgehört. Die Immediate Reaction Force wurde alarmiert. An diesem Tag wurde sie durch den Charlie-Zug der Schutzkompanie gestellt, angeführt von Hauptfeldwebel Philipp Porzig. In Minuten hatte sich der Zug auf dem Bereitstellungsplatz am Ehrenhain zusammengefunden. Aber sie mussten warten, die Einsatzlage war noch unklar. Als sich immer weiter abzeichnete, dass sich an der Informationslage wohl zeitnah nichts ändern würde, gab der Kompaniechef schließlich den Einsatzbefehl. Um 13.30 Uhr setzte sich der Charlie-Zug in Marsch zu Höhe 432. Ihre Anmarschroute nach Isakel war lang, viermal länger als die direkte Luftlinie. Die nächste Brücke über den Kundus lag ungefähr zehn Kilometer nordwestlich des Feldlagers. Und dann musste der Zug noch mal knapp acht Kilometer auf der anderen Flussseite zurücklegen. Auch die US-amerikanischen Rettungsflieger des Feldlagers, ausgestattet mit Medevac-Hubschraubern des Typs Black Hawk, bekamen mit, dass es einen Verwundeten gegeben hatte. Sie stellten den Antrag, den Verwundeten aus der Gefechtszone ausfliegen zu dürfen. Nach kurzer Zeit erhielten die Amerikaner den Einsatzbefehl für den Rettungseinsatz. In sieben Minuten war ein Black Hawk mit dem Rufnamen Dustoff 87 samt seiner Besatzung in der Luft. Befehligt durch den Pilot Chief Warrant Officer Jason LaCrosse, ein zweiter Black Hawk mit dem Rufnamen Black Magic 70 diente als bewaffneter Geleitschutz. Bereits während des Anflugs gerieten die Hubschrauber unter Beschuss von Maschinengewehren und RPGs, als sie versuchten in der zugewiesenen Landezone runterzugehen. Die Landezone Alpha war zwischen der Hauptzufahrt nach Isarkehl und dem Umgehungsweg eingerichtet worden. Geschosse schlugen in der Hülle der Hubschrauber ein. Da die Hubschrauberbesatzung keinen Funkkontakt mit den Kräften am Boden aufbauen konnte, kreisten sie zunächst über dem Gebiet. Bei Höhe 432 machte ein deutscher Soldat mit einer weißen Rauchgranate auf sich aufmerksam und der Rettungshubschrauber landete in der Nähe. Dem Piloten wurde mitgeteilt, dass der Verwundete noch nicht aus der Schusslinie geborgen werden konnte und die Landezone Alpha unter Beschuss lag. Zunächst hob der Hubschrauber wieder ab und kreiste in der Luft. Bei dem eingeschlossenen Spähtrupp lag Oberfeldwebel Adebar immer noch auf dem Feld. Seine Kameraden hatten es noch nicht geschafft, den Verwundeten zu erreichen. Ihre Waffen hatten nur geringe Wirkung gegen die dicken Lehmwände der Gehöfte, hinter denen sich die Aufständischen verschanzt hatten und sie mit massiven Feuer eindeckten. Durch den ständigen Stellungswechsel der Aufständischen war es für die deutschen Soldaten schwer, die Feuerpositionen aufzuklären und wirkungsvoll zu bekämpfen. Immer wieder feuerten die aufständischen Kämpfer Maschinengewehrsalven ab, deren Position dann erst aufgeklärt werden musste. Erst gegen 13.45 Uhr konnte Adebar unter Deckungsfeuer von den Soldaten des Rettungstrupps geborgen werden. Sie brachten den Verwundeten hinter einer Mauer in Deckung. Dort wartete bereits der stellvertretende Zugführer Nils Bruns und der Rettungssanitäter des Zugs Hauptfeldwebel Ralf Röntgendorf, der an Adebar die Erstversorgung durchführte und ihm ein starkes Schmerzmittel verabreichte. Kurz vor 14 Uhr erreichte der Charlie-Zug das Gebiet und nahm östlich der Höhe 432-Stellung mit Blickrichtung Isa Kehl. Doch der Kompaniechef der ersten Kompanie hielt den Zug zunächst in Reserve. In der Annahme der Golfzug könne sich selbstständig aus dem Kampfgeschehen lösen. Die Soldaten in der Deckungsgruppe, die ihre Kameraden während der Bergung Adebars gesichert hatten, standen immer noch im Feuerkampf mit den Aufständischen. Der Hauptgefreite Robert Hartert, der als MG-Schütze Deckungsfeuer gab, wurde durch Feindfeuer getroffen und hielt sich die linke Schulter. Nach einigen Sekunden brach er zusammen. Mike Mutschke, der sich bei ihm befand, fing ihn auf. Hartert war vorbei an seiner schusssicheren Weste in die Schulter getroffen worden. Rasend schnell verlor er das Bewusstsein. Sein Pulsschlag setzte aus. Seine Kameraden begannen sofort mit der Erstversorgung. Was in diesem Moment niemand sehen konnte, war, dass sich die Kugel von der Schulter aus in seinen Oberkörper gebohrt hatte. Nach der Meldung eines weiteren Verletzten fuhren die in Reserve gehaltenen Verstärkungseinheiten des Hotelzugs in Begleitung des beweglichen Arztrupps sowie Soldaten des Foxtrotzugs über den Umgehungsweg in den Vorort von Isarkehl. Die Soldaten des Hotelzugs waren aber durch starken Feindkontakt gebunden und konnten die Position des verwundeten Adebars nicht erreichen. Daher setzte sich ein Halbzug des Charlie-Zugs mit dem beweglichen Arztrupp in Bewegung, um den Golfzug zu unterstützen. Im Vorort trugen die Sanitäter den schwerverwundeten Hartert nach hinten, legten ihn auf eine Trage und luden ihn in ein Fahrzeug. Sie reanimierten und beatmeten ihn immer und immer wieder. Das Fahrzeug brachte ihn dann zur temporären Landezone Alpha. Zuvor hatte der Medivac-Hubschrauber vergeblich versucht, mit den deutschen Soldaten Funkkontakt aufzunehmen. Da dies nicht gelungen war, landete er wieder bei Höhe 432 und ein Besatzungsmitglied kletterte den Hügel hoch und nahm Kontakt mit den deutschen Soldaten auf. Während der Hubschrauber unterhalb des Hügels auf dem Feld stand, näherte sich von hinten eine Person. Eine gefährliche Situation, denn auch Selbstmordattentäter wurden durch die Aufständischen eingesetzt. Mit einem Tiefflug konnte ihn der Begleithubschrauber kurz aufhalten. Doch der Mann ließ sich nicht davon abbringen, sich weiter anzunähern. Auch Warnschüsse hielten ihm nicht auf. Angehörige der afghanischen Nationalpolizei überwältigten den Mann schließlich. Später stellte sich heraus, dass er einer der aufständischen Kämpfer war. Das Besatzungsmitglied kehrte zurück, hatte aber keine Funkfrequenzen in Erfahrung bringen können. Im Feldlager hatten ihre Kameraden aber den Funk mitgehört und sich in der Zwischenzeit die richtigen Funkfrequenzen des deutschen Fliegerleitoffiziers besorgt. Diese gaben sie an die Hubschrauberbesatzung von Dusdorf 87 weiter. Der Fliegerleitoffizier teilte ihnen mit, dass die derzeitige Landezone zu heiß war, um zu landen. Eine sekundäre Landezone sollte eingerichtet werden. Doch Lacrosse war der Meinung, dass die aktuelle Landezone für ihn cold enough war und setzte dort zur Landung an. Beim Anflug geriet der Hubschrauber unter so starken Beschuss, dass er abdrehen musste. Zwei Kugeln durchschlugen eines der Rotorblätter, andere Geschosse durchschlugen die Hülle des Hubschraubers. Über Funk erhielt Lacrosse den Befehl, die Mission abzubrechen, da sie zu gefährlich sei. Doch er täuschte Probleme mit der Funkverbindung vor und ignorierte den Befehl. Er entschied sich noch einmal anzufliegen. Diesmal mit mehr Geschwindigkeit. Ihm gelang die Landung, trotz des schweren Beschusses mit RPGs. Unten warteten schon die Sanitäter mit Hartert auf einer Trage, während die Fallschirmjäger am Boden und der Begleithubschrauber aus der Luft Feuerschutz gaben. Gegen 13.53 Uhr landete der Hubschrauber und flog sofort wieder los, nachdem der Verwundete eingeladen war. Doch Stabsgefreiter Robert Hartert war zu schwer verwundet worden und erlag seinen Verletzungen. Er war der erste gefallene deutsche Soldat an diesem Tag. Bei dem verwundeten Oberfeldwebel Adewa hatte der Rettungssanitäter Ralf Röntgendorf die Erstversorgung durchgeführt. Gegen 14.07 Uhr erreichte der Charlie Halbzug mit dem beweglichen Arztrupp den Verwundeten und stabilisierte ihn für den Transport. Gegen 14.17 Uhr luden sie ihn in den geschützten Jagdtransporter des Arztrupps, der ihn zur temporären Landezone des Rettungshubschraubers bringen sollte. Über Funk meldete der deutsche Fliegerleitoffizier. Show of Force in 5 Minuten. Zwei F-16 Kampfjets der Amerikaner befanden sich im Anflug auf Isarkehl. Im Tiefflug donnerten sie über die Gefechtszone. Das Manöver sollte die Aufständischen einschüchtern, sie dazu bewegen, den Kampf einzustellen und zu fliehen. Doch die Aufständischen wussten, dass die Isar-Truppen keine Angriffe flogen, wenn Zivilisten in der Nähe waren. Kurzerhand trieben sie Frauen und Kinder auf die Straßen von Isarkehl, während sie weiter auf die deutschen Soldaten feuerten. Die unbekannten Wärmesignaturen ließen die Entscheidungsträger zögern. Zu groß war das Risiko, dass unter ihnen Zivilisten waren. Die Bombardierung zweier Tanklaster, angeordnet durch den deutschen Oberst Georg Klein, lag nur sieben Monate zurück und jeder Soldat konnte sich noch gut an die mediale und politische Empörungswelle erinnern, die das erzeugt hatte. In Deutschland hatte es sogar Todesdrohungen gegen den Oberst gegeben. So kreisten die Flugzeuge zunächst über dem Einsatzraum und beobachteten das Kampfgeschehen von oben. Noch zwei weitere Male flogen die Kampfjets dieses Manöver. Zwischenzeitlich waren die beiden F-16 durch F-15 Kampfjets ersetzt worden. Währenddessen beobachtete das Tactical Operation Center mit der Aufklärungsdrohne, wie aus Richtung des Dorfes Haji Amanullah weitere Verstärkung der Aufständischen herangeführt wurde. 18 Kämpfer marschierten Richtung Isarkehl, um den Kampf zu unterstützen. Gegen 14.24 Uhr begann der Golfzug, unter Einsatz einer Nebelwand sich in Bewegung zu setzen. Zugführer Kunert hatte den Rückzugsbefehl gegeben. Ihre Munition war knapp geworden und einige der Waffenanlagen auf den Fahrzeugen waren ausgefallen. Um Deckungsfeuer zu ermöglichen, liefen die Fallschirmjäger neben den Fahrzeugen her, während diese zunächst rückwärts fuhren, um an einer geeigneten Stelle zu wenden. Die Soldaten des Hotelzugs zusammen mit dem beweglichen Arzttrupp zogen sich wieder zurück auf ihre vorherige Position bei Höhe 432. Gegen 14.32 Uhr landete der Medewag-Hubschrauber von Lacrosse erneut, wieder in der temporären Landezone unter feindlichen Beschuss. Eine Gruppe Aufständischer wurde aufgeklärt, wie sie den Hubschrauber aus einer Baumgruppe heraus unter Beschuss nahmen. Der Begleithubschrauber flog tief ein und bekämpfte die feindlichen Kräfte. Währenddessen wurde Oberfeldwebel Adebar in den Rettungshubschrauber geladen, dann hob der Hubschrauber ab und flog zurück ins Feldlager. Nach der Übergabe des Verwundeten löste sich der Charlie-Halbzug aus dem Kampfgeschehen und verlegte zurück auf seine Ausgangsposition. Noch waren alle der Annahme, dass sich der Golfzug aus eigener Kraft vom Feind lösen könne. Gegen 14.50 Uhr befand sich der Golfzug gerade in der Absetzbewegung. Die Fahrzeuge hatten gewendet und die Soldaten liefen neben ihnen her und gaben Deckungsfeuer. Im Vorort hatte gerade ein Dingo unter Feuerschutz der Soldaten im Kreuzungsbereich gewendet. Zuvor war die Straße in diesem Bereich von den deutschen Kräften stark frequentiert worden. Fahrzeuge waren dort mehrmals vor- und zurückgefahren. Plötzlich erschütterte eine heftige Explosion den Kreuzungsbereich. Die Detonation eines ferngezündeten Sprengsatzes hob das Panzerfahrzeug in die Luft. Der Motorraum wurde durch die Wucht komplett zerstört. Das Fahrzeug senkte sich in den Explosionskrater. Der Fahrer und Bordschütze wurden leicht verletzt. Schlimmer traf es die Soldaten, die neben dem Fahrzeug hergelaufen waren. Oberstabsgefreiter Mike Mutschke, der zuvor Unterstützung für seine eingeschlossenen Kameraden geholt hatte, wurde von der Explosion erfasst und weggeschleudert. Er erlitt schwere Wunden im Gesicht, im Schulter-, Arm- und Hüftbereich und schwebte in Lebensgefahr. Sein Kamerad Ronny Domschke kam ihm zu Hilfe und führte die Erstversorgung durch. Mike Mutschke verlor sein linkes Auge und später stellte man fest, dass sein linker Arm gelähmt war. Auch Hauptfeldwebel Ralf Röntgendorf, der zuvor seinem Kameraden Adebar das Leben gerettet hatte, war von der Explosion erfasst worden. Er erlitt schwere Verletzungen im Gesicht, am Oberkörper und der Lunge. Trotzdem bewahrte er Ruhe und begann damit sich selbst zu versorgen. Aufgrund seiner schweren Verwundungen musste er später in ein künstliches Koma versetzt werden und verlor sein Augenlicht. Der stellvertretende Zugführer des Golfzugs, Hauptfeldwebel Nils Bruns, der den Rettungstrupp für den eingeschlossenen Suchtrupp angeführt hatte, wurde auch von der Explosion erfasst und gegen die Mauer eines nahestehenden Gebäudes geschmettert. Ein herbeigealter Sanitäter konnte nur noch seinen Tod feststellen. Hauptgefreiter Martin Augustiniak, der zuvor durch einen Treffer in den Gefechtshelm verwundet worden war, aber weiter gekämpft hatte, um den verwundeten Oberfeldwebel Adebar zu schützen, war durch die Explosion über eine vier Meter hohe Mauer geschleudert worden. Er war sofort von der Detonation getötet worden. Soldaten des Charlie-Zugs fanden ihn erst später im angrenzenden Innenhof eines Gehöfts. Für einen Augenblick nach der Explosion schien das Schlachtfeld ruhig. Sowohl die deutschen Soldaten als auch die Aufständischen hatten das Feuer eingestellt. Als hätten sie nicht glauben können, was gerade passiert war. Doch dann setzte das Feuer wieder ein. Diesmal noch intensiver als zuvor. Als wollten die Aufständischen den deutschen Soldaten den Gnadenstoß versetzen. Die Fallschirmjäger schossen so gut es ging zurück, während sie versuchten, die Verwundeten zu versorgen. Der Zugführer des Golfzugs forderte einen Luftschlag an. Zu stark war seinem Zug zugesetzt worden. Ein Gehöft in unmittelbarer Nähe sollte bombardiert werden. Der Feind hatte sich dort verschanzt und nahm die Soldaten während der Bergung der Verwundeten unter Beschuss. Der Fliegerleitoffizier zögerte. Zu nah war der Abwurf an den eigenen Kräften, ganz zu schweigen von der unübersichtlichen Lage durch die Zivilisten. Schließlich lehnte er den Einsatz von Bomben ab. Zwischenzeitlich war der Charlie-Zug wieder in Marsch gesetzt worden. Er sollte den Golfzug unterstützen und ermöglichen, dass sich der Zug vom Feind lösen konnte. Doch die Gefahr von weiteren Sprengsätzen, die noch nicht gezündet worden waren, schwebte über den Soldaten. Daher entschied der Zugführer Hauptfeldwebel Philipp Porzig, einfach über die Felder zu fahren und so die Straßen zu meiden. Am Vorort angekommen, errichtet der Zug eine Wagenburg, zum Schutz vor Angriffen von Aufständischen aus dem Hinterhalt. Zu diesem Zeitpunkt war die Feindlage mehr als unübersichtlich. Nachdem der Zugführer des Golfzugs seinem Standort mit Hilfe einer Leuchtpistole markiert hatte, marschierte der Charlie-Zug zu Fuß gefolgt von einem Fahrzeug durch den Vorort. Währenddessen gerieten sie immer wieder unter schweren Beschuss der Aufständischen. Auch der feindliche Mörser beschoss die deutschen Kräfte im Vorort. Der Begleithubschrauber BM 70 gab Unterstützung, von oben schoss er auf die Stellung der gegnerischen Kämpfer und zeigte so den Soldaten, wo genau die Positionen der Aufständischen waren. Während des Vormarschs ließ Hauptfeldwebel Porzig an neuralgischen Punkten Soldaten zur Sicherung zurück. So entstand ein sicherer Korridor zurück bis zur Wagenburg. Gleichzeitig wurden alle anderen Zufahrtswege als zu unsicher geschlossen. Schließlich erreichte der Charlie-Zug den Ort der Detonation. Sie fanden eine Situation des Chaos vor. Verwundete lagen am Boden, Soldaten kauerten an der Wand, mit aufgerissenen Augen starrten sie ins Leere. Jeder Soldat, der nicht an der Waffe gebraucht wurde, half bei der Versorgung und Evakuierung der Verwundeten. Hauptfeldwebel Philipp Porzig koordinierte die Maßnahmen und half dabei, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Er erkannte den desolaten Zustand, in dem sich der Golfzug nach der Explosion und dem stundenlangen Kampf befand. Rund ein Viertel der Soldaten des Golfzugs waren verwundet oder gefallen. Porzig stellte den Antrag, den Golfzug komplett zu entsetzen. Dem Antrag wurde stattgegeben und so konnte der Golfzug seine verbliebenen Männer sammeln und begann mit den Vorbereitungen auszuweichen. Doch das Wrack des zerstörten Dingos versperrte den Weg für die nachfolgenden Fahrzeuge. Sie steckten in der Kampfzone fest. Zunächst musste versucht werden, das Fahrzeug wegzuschaffen. Bereits gegen 14.57 Uhr war die Bergebereitschaft angefragt worden, doch eine Bergung war zu diesem Zeitpunkt unmöglich. Daher schaufelten die Soldaten notdürftig den Krater der Detonation zu und ein anderer Dingo schob das Wrack zur Seite. Während sich die Fahrzeuge des Golfzugs in Bewegung setzten, nahm der Beschuss durch die Aufständischen wieder zu. Oberfeldwebel Röntgendorf konnte trotz seiner schweren Verletzungen, gestützt von zwei Kameraden, selbstständig die Gefahrenzone verlassen. Der bewegliche Arztrupp des Charlie-Zugs wurde aus der Wagenburg nachgezogen und fuhr durch den gesicherten Korridor in den Vorort. Unter Beschuss versorgten und stabilisierten Oberstabsärztin Ulrike Hödel und Rettungsassistent Hauptfeldwebel Gerhardt haben ihre verwundeten Kameraden. Immer wieder fuhr der bewegliche Arztrupp hin und her, um die Verwundeten zur neu eingerichteten Landezone der Rettungshubschrauber zu transportieren. Die neue Landezone war nördlich der Höhe 432 eingerichtet worden. Die vorherige Landezone Alpha war aufgrund des schweren Beschusses nicht mehr nutzbar. Die beiden Blackhawk-Hubschrauber waren gegen 14.40 Uhr im Feldlager Kunduz gelandet und hatten Oberfeldwebel Adebar an das Feldlazarett übergeben. Über Funk teilte der Fliegerleitoffizier ihnen mit, dass es durch eine Explosion zu weiteren Verwundeten gekommen war. Ein zusätzlicher Medewag-Hubschrauber mit dem Rufnamen Dustoff 84 wurde gestartet. Die drei Hubschrauber flogen sofort wieder zurück ins Einsatzgebiet. Doch die Verwundeten waren noch nicht transportbereit, daher kreisten die Hubschrauber zunächst über dem Gebiet. Aus einem weißen Fahrzeug wurde der Hubschrauber von Lacrosse mit Maschinengewehren und RPGs unter Beschuss genommen. Bevor die Amerikaner reagieren konnten, tauchte das Fahrzeug im Schutz der Zivilbevölkerung wieder unter. Da nun auch der Kraftstoff fast verbraucht war, kehrten sie zunächst zum Feldlager zurück. Auf dem Landeplatz inspizierten die Besatzungschefs die Medewag-Hubschrauber. Mehrere Treffer mit Kleinwaffen in der Hülle und im Rotor, zudem mussten einige Leitungen notdürftig mit Klebeband geflickt werden, trotzdem waren die Hubschrauber noch flugtauglich. Sie wurden aufgetankt und hoben wieder ab, um die vier Schwerverletzten aus der Kampfzone auszufliegen. Insgesamt landeten die Hubschrauber an diesem Tag viermal unter Beschuss in dem Kampfgebiet und retteten mit ihrem Einsatz das Leben deutscher Soldaten. Aber auch der Sicherungshubschrauber unterstützte die Soldaten am Boden. Er beschoss mit den Bordwaffen von oben die Positionen der Aufständischen und flog steil über einige der Höfe, bevor er runterging und erst kurz vor den Dächern wieder abbremste und die Maschine hochzog. So versuchte er, die Gegner zu irritieren und auseinanderzutreiben. Selbst Kommandant Habib musste später zugeben, dass die herbeigerufene deutsche Verstärkung und die Hubschrauber die Wände im Gefecht gebracht hatten. Im Feldlager hatte sich der Rest der Schutzkompanie bereitgestellt, um in den Kampf einzugreifen. Nach langer Wartezeit erhielten sie zunächst den Befehl, zum PHQ in Shardara zu marschieren. Der stellvertretende Kommandeur des PRT Kundus begleitete sie. Er sollte den Einsatz vom PHQ ausleiten. Als die Kolonne aufbrach, fuhr der Alpha-Zug vorweg, gefolgt von der Kompanieführungsgruppe mit beweglichen Arztrupp und anderen Unterstützungskräften, die Nachhut bildete der Delta-Zug der Kompanie. Immer wieder legte die Kolonne Beobachtungsstops ein, um nicht in Hinterhalte der Aufständischen zu fahren. Aber bei dem Angriff südlich der Höhe 432 sollte es an diesem Tag nicht bleiben. Im PHQ waren die zurückgebliebenen Soldaten des Hotelzugs durch die Kämpfe bei Isakel alarmiert und beobachteten aufmerksam die Umgebung, als gegen 15.10 Uhr plötzlich Schüsse westlich des Meldepunkt J92 fielen. Darauf folgte zunächst erst wieder Ruhe. Aber 40 bis 100 aufständische Kämpfer rückten aus Norden an und griffen mit voller Wucht ab 15.30 Uhr das Polizeihauptquartier und damit auch den Gefechtsstand der Ersten Kompanie mit Maschinengewehren, RPGs und Mörsern an. Die deutschen Soldaten erwiderten mit ihren Waffen das Feuer. Auch die dort stationierten afghanischen Polizisten griffen in den Kampf ein. Da zu diesem Zeitpunkt eine genaue Abschätzung der Feindkräfte nicht möglich war, forderten die Soldaten zunächst Verstärkung an. Kurz darauf fuhren Dingos und Transportpanzer auf den Hof des PHQ und feuerten mit ihren Waffenanlagen über die Mauern auf die gegnerischen Kräfte. Darauf folgte kurze Zeit später noch weitere Verstärkung. Die restlichen Kräfte der Schutzkompanie waren angekommen. Der Alpha-Zug mit zwei Dingos, einem Transportpanzer und einem Marder stieß am PHQ vorbei nach Westen, zu dem Meldeposten J92 der afghanischen Polizei. Die Führungsgruppe und der Delta-Zug fuhren auf den Hof des Polizeihauptquartiers, während außerhalb der Mauern der Angriff unvermindert weitergeführt wurde. Aber aufgrund der Anzahl der Fahrzeuge, die nun versuchten auf den viel zu kleinen Hof des PHQ zu fahren, hatte sich auf der Straße ein Stau gebildet. Ein Munitionskonvoi, der von deutschen Militärpolizisten eskortiert worden war, stand vor dem Tor und kam nicht weiter. Die Aufständischen hatten diese Entwicklung beobachtet und griffen nun von der westlich gelegenen Schule mit Panzerabwehrwaffen die Fahrzeuge auf der Straße an. Mehrere RPGs wurden abgefeuert, verfehlten aber ihre Ziele. Der Zugführer der Militärpolizisten erkannte, dass die deutschen Kräfte dringend Unterstützung brauchten und bot sich und seine Kameraden an, bei der Verteidigung des Polizeihauptquartiers zu unterstützen. Bei Isakel hatte sich der Golfzug unter Deckungsfeuer durch den Charlie-Zug und dem Hubschrauber gelöst und zur Höhe 431 verlegt, um sich dort zu sammeln. 90 Prozent ihrer Munition war verschossen, die Sanitäter hatten so gut wie kein Verbandsmaterial mehr. Im Vorort bereiteten die Soldaten die Sprengung der Waffenanlage des zerstörten Dingos vor. Das Funkgerät und andere Gegenstände hatten sie bereits ausgebaut. Die Zieloptik der Waffenanlage wurde mit gezielten Gewehrschüssen zerstört. Nichts davon durfte den Aufständischen in die Hände fallen. Da der Feuerkampf an Intensität verloren hatte und es etwas ruhiger geworden war, verschafften sich die verbliebenen Kräfte ein klareres Lagebild. Sowohl der Foxtrot-Zug auf Höhe 432, die Schützenpanzer im Süden und die Soldaten des Charlie-Zugs markierten mit Signalmunition ihre Position. Dabei stellten sie fest, dass es Aufständischen gelungen war, sich zwischen die Schützenpanzer und den Charlie-Zug zu schleichen. Durch gezieltes Feuer wurden die Gegner niedergekämpft, die Überlebenden waren gezwungen, sich wieder durch die Bewässerungsgräben zurückzuziehen. Dann erfolgte der Befehl, dass sich auch die restlichen Kräfte der 1. Infanterie-Kompanie und des Charlie-Zugs aus dem Raum herausziehen sollten. Der Dingo wurde gesprengt und gegen 16.30 Uhr zog sich der Charlie-Zug unter Deckung der Schützenpanzer und der Soldaten auf Höhe 432 aus dem Vorort zurück. Ihm folgte der Hotelzug mit seinen beiden Schützenpanzern zur Höhe 431. Beim Polizeihauptquartier schwächte sich ebenfalls der Angriff langsam ab und gegen 17 Uhr war weitestgehend Ruhe eingekehrt. Es war Verstärkung in Form einer Kompanie des 209. Korps der afghanischen Nationalarmee in Begleitung belgischer OLMT-Offiziere angekommen und verstärkte die Verteidigung im Innen- und Außenbereich. Im Gefechtsstand der 1. Kompanie hatte sich in der Zwischenzeit der stellvertretende Kommandeur und der Kompaniechef der Schutzkompanie eingerichtet und versuchten sich einen Überblick der Situation zu verschaffen. Es musste damit gerechnet werden, dass die Aufständischen wieder angreifen würden. Daher machte sich im Feldlager Kundus die 2. Infanteriekompanie bereit auszurücken, um die abgekämpfte 1. Kompanie im Feld abzulösen. Die Informationslage ließ ein gesichertes Lagebild nicht zu, immer noch gab es neue Feindmeldungen. Alle Meldungen zusammengenommen hätten ca. 600 aufständische Kämpfer einen koordinierten Angriff auf das PHQ durchführen können. Im Westen und Norden waren der Hauptteil der Feindkräfte gemeldet worden. Inwieweit die Meldungen den Tatsachen entsprachen, ließ sich aber infrage stellen. Gerade die afghanischen Sicherheitskräfte übertrieben regelmäßig massiv mit der Anzahl der Feindkontakte. Doch auch ohne Kenntnis der genauen Feindstärke war die Bedrohung ernst zu nehmen. Nach 17 Uhr wurden zwölf aufständische Kämpfer am Westufer des Kundus beobachtet, wie sie Richtung Norden zur Brücke marschierten. Vorsorglich waren dort aber bereits Soldaten der 2. Infanteriekompanie zur Bewachung stationiert worden, aber es stand zu befürchten, dass die aufständischen Versuchen könnten, die Brücke über den Kundus zu zerstören und so die deutschen Kräfte westlich des Flusses vom Nachschub des Feldlagers abzuschneiden. Nun wurde erst das ganze Ausmaß der feindlichen Aktivitäten erkennbar. Die Angriffe im Süden und Norden, in Kombination mit dem Versuch, den Nachschub abzuschneiden, erweckte den Eindruck einer gut geplanten und koordinierten Operation. Zusätzlich machten Meldungen über mit Sprengstoff beladene Pickups die Runde. Diese Meldungen sollten später noch eine tragische Rolle spielen. Im Vorort von Isakel hatten jetzt die Aufständischen die Kontrolle übernommen. Nach und nach strömten sie zu dem zerstörten Dingo. Durch die Sprengung der Waffenanlage war das Fahrzeug in Brand geraten. Die Trümmer lagen herum und die Hinterlassenschaften der deutschen Soldaten auf dem Schlachtfeld zeugten von der Härte des Kampfes. Die Aufständischen präsentierten das zerstörte Fahrzeug für die Kamera. Für sie war es ein Symbol für einen ihrer größten Erfolge gegen die deutschen Soldaten. Die Kämpfer posierten vor dem zerstörten Dingo und beglückwünschten sich gegenseitig. Für einige von ihnen sollte das noch schwerwiegende Konsequenzen haben. Spezialeinheiten der US-Armee und der Bundeswehr nutzten später die Bilder, um die beteiligten Kämpfer zu identifizieren und um auch Jagd auf die Hintermänner zu machen. Auch ein durchlöcherter Gefechtshelm wurde in die Kamera gehalten. Es war der Helm von Martin Augustiniak. Am Abend rückte dann schließlich die zweite Kompanie aus dem Feldlager Kundus aus. Gegen 18.04 Uhr kehrte zuerst der Golfzug in das Feldlager zurück. Die anderen Kompanieteile blieben zunächst noch im Feld, um ihre Ablösung abzuwarten. Der Charlie-Zug der Schutzkompanie war auf der Höhe 431 und 432 in Stellung gegangen und hatte die Soldaten des Foxtrotzzugs abgelöst, um es der ersten Kompanie im Ganzen zu ermöglichen, in das Feldlager zurückzukehren. Die beiden anderen Züge der Schutzkompanie verteidigten das PHQ, während die zweite Kompanie den Auftrag hatte, auf der LOC Kamins zu patrouillieren, um diese offen zu halten. Die Kämpfe hatten aufgehört, die Großoffensive war zunächst ausgeblieben. Gewohnheitsgemäß kämpften die Aufständischen nachts nicht. Aber am Morgen ging man von deutscher Seite von erneuten Kämpfen aus. Doch noch am Abend des Karfreitags kam es um 19.40 zu einer weiteren Tragödie. Ein Panzergrenadierzug der zweiten Kompanie, der beim Vormarsch auf das PHQ gerade den Ortsausgang von Kundus mit seinen Schützenpanzern passiert hatte, sah zwei Pickups auf sich zufahren. Die Sichtverhältnisse in der Nacht und der Staub auf der Straße ließen eine zweifelsfreie Identifizierung der Fahrzeuge nicht zu. Alarmiert über die sprengstoffbeladenen Pickups setzte der Zugführer Warnschüsse ab, um die Fahrzeuge zum Anhalten zu bewegen. Einer der Pickups hielt daraufhin an, der zweite brach seitlich aus und raste weiter auf die Schützenpanzer zu. Binnen Sekunden musste der Zugführer eine Entscheidung treffen, die über Leben und Tod seiner Soldaten entschied. Er gab den Befehl und die 20mm Bordmaschinenkanone bekämpfte das Ziel. Weitere Soldaten, dieses Mal afghanische, verloren in diesem Moment ihr Leben. Es waren sechs afghanische Soldaten der Kompanie, die zuvor das PHQ verstärkt hatten. Sie waren aufgebrochen, um in der Stadt Verpflegung für ihre Kameraden zu besorgen. Im Polizeihauptquartier von Shah Dara wurde diese Nachricht von den anderen afghanischen Soldaten mit Wut und Zorn aufgenommen. Die Stimmung kippte augenblicklich und für die anwesenden deutschen Soldaten wurde die Situation lebensbedrohlich. Mit Worten und Gesten signalisierten die Afghanen, dass sie am liebsten sofort Rache für ihre gefallenen Kameraden genommen hätten. Mehrmals legten die Afghanen auf die Deutschen an und drohten zu schießen. Die Offiziere kamen überein, dass es am besten sei, wenn die afghanische Armee wieder abziehen würde. Ein belgischer OMLT-Offizier erreichte letztlich, dass die Afghanen das PHQ wieder verließen. Angesichts einer drohenden Großoffensive am nächsten Morgen, eine schmerzliche Schwächung der eigenen Kräfte. Die zweite Infanteriekompanie war am PHQ angekommen. Gegen 21.26 Uhr waren die noch im Feld stehenden Soldaten der ersten Kompanie durch die zweite Kompanie abgelöst worden. Auf den Straßen fuhren deutsche Fahrzeuge Patrouille mit Mardern und Dingos und sicherten die Brücke. Gegen Mitternacht waren auch die letzten Soldaten der ersten Kompanie zurück im Feldlager. Neun Stunden hatten sie im Kampf gestanden und die traurige Bilanz des Tages war, drei gefallene deutsche Soldaten, Hauptfeldwebel Nils Bruns, Hauptgefreiter Martin Augustiniak und Stabsgefreiter Robert Hartert waren gefallen. Es hatte acht Verwundete gegeben, vier davon schwer verwundet. Ein halbes Dutzend Soldaten mussten in den nachfolgenden Tagen zurück in die Heimat geschickt werden. Sie konnten das Erlebte und den Verlust der Kameraden psychisch nicht verkraften. Während der Kampfhandlungen hatten die Soldaten mehr als 28.000 Schuss Munition verschossen. Aber auch die Aufständischen mussten an diesem Tag Verluste hinnehmen. Laut Aussagen des damaligen afghanischen Geheimdienstchefs Rahis Dawood sollen mindestens fünf Kämpfer getötet worden sein. Unter ihnen auch ein lokaler Anführer mit dem Namen Nazeri Enayatullah, dem mehrere Dutzende Kämpfer unterstanden hatten. Später erhöhte man die Zahl der Getöteten auf mehr als ein Dutzend. Am nächsten Tag war vorsichtshalber zur Unterstützung eine Kompanie der Quick Reaction Force aus Mazar-e-Scharif nach Kunduz verlegt worden. Doch den gesamten 3. April war es im Raum Shah Dara ruhig geblieben. Am 4. April nahmen die Soldaten im Feldlager Kunduz Abschied von ihren gefallenen Kameraden und standen spalier, um ihnen das letzte Geleit zu geben, bevor sie nach Deutschland ausgeflogen wurden. Eine Woche nach dem Gefecht, am 9. April, fand im niedersächsischen Selsingen die offizielle Trauerfeier unter Beteiligung des damaligen Verteidigungsministers Karl Theodor zu Guttenberg und der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel statt. Untertitelung des ZDF, 2020 Mehr geht's. Mehr km우� GMT Mehr kmun. Sruhe und Wieder臨ung des ZDF, 2020